moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session schön dass ihr wieder eingeschaltet habt so ein bisschen entspannte angelei heute das ganze haben wir heute auf 55 metern mal ausprobiert wir waren hier unterwegs hier drüben ganz im osten kann man sagen mitten drauf und dann man daneben mal wieder drauf mal wieder daneben mal wieder darauf auf jeden fall hauptsächlich hier in diesem bereich um die 55 und haben dort ein bisschen geangelt das setup ist bekanntermaßen schon etwas größer aufgebaut dieses mal wir haben also hier mit der großen poseidon gearbeitet die mittlerweile nicht mehr die größte bootsroute ist bzw nicht mehr die größte schwere bootsroute da gibt es mittlerweile größere versionen von beluga imperial hat uns wieder begleitet wir sind mit 205 zu 181 kilo setup rausgefahren haben hier noch einen fluches pilg mit dran gemacht der mit 6 0 haken bestückt wurde außerdem hier ein 6 0 mega raptor eine plastikrasse in fluoreszierender farbe genauso wie die feier tube und einem großen köhler filet da das ganze noch ein bisschen ausgebaut werden sollte habe ich mich für beifänger entschieden die zunächst einmal ursprünglich war es hier rot ich habe dann später auf gelb gewechselt also wir fangen tatsächlich mit rot an als auf marlin series 6 0 haken rot mit roten perlen in dem fall normalerweise hier grün mit fluoreszierend und grüner perle so ein bisschen grün sieht das ja schließlich hier auch aus wenn ihr mich fragt und hier unten pink mit pinken perlen das ganze haben wir ausgeworfen mehrfach ausgeworfen auf 55 meter absinken lassen manchmal auch in der sinkphase schon überraschungen erlebt auf jeden fall denke ich mal dass wir hier auf jeden fall eine kleine zusammenfassung des heutigen ausflugs machen können und der zeigt auch dass es nicht immer alles klappt was man sich vornimmt aber oftmals dann zu einem normalen oder guten ergebnis führt viel spaß gut dann wollen wir mal sehen einstieg hier auf 55 metern auf unsere montage erfolgt durch einen lump zum einstieg herrschaften einen großen mit 9 kg ok schön damit kann man anfangen klassischer einstieg aber funktioniert und nächster bis nicht lange dauert diesmal ok wir machen weiter mit einem dawn high von 1,5 kilo das sieht anständig aus einstieg hierbei auf den squid in pink hier war es der squid in rot ok es geht klar würde ich sagen wir machen weiter mit dawn high 900 gramm der nächste einstieg auch auf pink auf 55 metern ok wir haben wieder was bisschen auf kurbeln musste ich erstmal aber ja er hat bock ich glaube der hat bock ich glaube hier können wir gleich zu machen leute noch spielt damit aber das wird nicht mehr lang gut gehen mal auf der fängt gleich an zicken zu machen hier der zickt ganz schön rum aber irgendwie liefert lässt er lässt er mich machen er lässt mich hoch kurbeln ist nicht so dass er irgendwie probleme macht damit ich frage mich was ich da gerade so schwer gemacht hat da kommt es auf jeden fall was ist das denn oha 15 kilo köhler der hat sich aber ganz schön reingehängt du oder die waldfee aber bisher sehen die größen gut aus die dornhaie sind gut der steinköhler der köhler ist gut der lump ist ja auch okay ist halt ein einstiegs lump gehört halt dazu irgendwie also ich sag mal so die frequenz auf den köhler auf die köhler konstellation hier ist echt nicht verkehrt da geht was und der hier macht ordentlich druck gerade müssen glaube ich zumachen ja wir müssen zumachen das geht einher mit unserem timer aber gerade so gerade so könnte auch sein dass es ein lump ist mit 10 kilo so mal gucken was ich da so schwer gemacht hat wir haben einen seewolf dran leute oh ja mit 9 kilo der hat sich wirklich gut in die presche gelegt wenn man da schon dann zumachen muss dann ist das meistens schon mal ein gutes zeichen also gestreifter seewolf ist auch da 12 minuten 6 fische eine alle 2 minuten gute größen dabei das macht schon spaß auf was ist er gegangen auf grün grünen squid grünen squid er ist auf rot diesmal bleibt unser fisch aber dran wir gucken mal was es ist wir haben hier aus dem nachbarbecken 88 meter einen dornhai fangfrisch hochgebracht sehr gut zweieinhalb kilo die schmecken das kann man mal mitnehmen würde ich sagen aber wir sind ja nun mal übers ziel hinausgetrieben worden das war ja nicht unbedingt die absicht dahin zu kommen ergo fahren wir hoch moment ein bisschen schnell unterwegs wir drehen nochmal so und wir fahren hier kurz nochmal hin an die kante wir werden jetzt eh richtung osten erstmal abgezogen das heißt wir können hier erstmal ruhig stehen bleiben und weiter angeln sehr schön wieder mal ein guter dornhai diesmal gleich mal ein kilo mehr als der beste bisher gefangene auf 18 minuten 8 fische reingeholt bisher sieht das ganz gut aus und wir machen weiter mit dornhai es geht wieder mit einem 2,3 kilo schweren gerät los gehen auf grün ja grüner squid aber auch pinker squid die räumen hier ab das ist sehr gut das ist sehr sehr gut auf 55 metern nicht viel zu kurbeln und trotzdem schöne fische drin klasse diesmal haben wir aber was ganz kleines an die angel gekriegt es könnte schon fast wieder in richtung wittling gehen theoretisch wir gucken mal ja ist der wittling tatsächlich aber hat zumindest noch einen haken dran gekriegt wäre es nach mir gegangen hätte ich gesagt er hat keinen haben wir glück gehabt so nächster kollege diesmal schelfisch schade ich hätte auch nochmal ein hai genommen aber wir sehen hier ein ganz interessantes bild bisher im kescher gute größen dabei potenzial erkennbar jetzt fehlt nur noch so ein bisschen dieses gewisse etwas dieser seltene fisch der da mal zwischendurch reingeht das wäre noch ein träumchen so wir fahren fort was kriegen wir diesmal schauen wir mal rein uns wird serviert ein weiterer wittling jetzt wird es aber langsam auf jetzt aber langsamer gut hier so schön angefangen das ganze und jetzt geht es auf einmal mit so müll weiter und 30 minuten 25 haben wir noch da muss noch ein bisschen mehr kommen jetzt bis ok man muss sich halt nur beschweren herrschaften jetzt geht es rund jetzt ist jetzt ist alarm ach du schande ach du schande ach du schande und der motor ist aus jetzt geht es ja ans reingemachte ach du alarm jetzt jetzt haben wir das jetzt haben wir das maßvoll ja ja dieses ja j j j j j jetzt geht es rund hier was ist das ein Biest wow der wollte gerade gar nicht mehr runter gehen ganz böse Mischung hier ganz ganz böse Mischung jetzt geht es ans eingemachte Herrschaften er hat ja mal richtig Bock hier ja meine Güte ja 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 ich weiß nicht ob ich dahinter her kommen kann bin ich ehrlich mit euch das ist schon ziemliches ziemlich harter tobak hier was der liefert was der ins rote ausschlägt lecker fanny müsste ich raten würde ich sagen wir haben vermutlich irgendein richtig fetten irgendein richtig fetten laufflossen tun hier an der angel das wäre meine vermutung gerade mal komm 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 mission Wir sehen uns beim nächsten Mal. nein echt jetzt die millisekunde hat er gebraucht damit das vorfach gerissen ist ekelhaft ist das ekelhaft tja machst du nix machst du nix der hat aber auch ein mords herz gezogen jetzt gerade schade so einmal montage neu zusammengebaut nächster versuch weiter geht's so haben wir auch wieder ein bisschen druck da müssen wir auch zu machen gerade mal wir schauen mal ran was das ist sieht auf jeden fall auch ganz ordentlich da kommt was bist du denn kabel ja okay ein typischer ein typischer fall von ich muss da mal zu machen weil da hängen kabel ja dran aber 25 kilo können sich durchaus wieder sehen lassen dann will ich da mal gerade den timer wieder stoppen sehr gut schöner wittling 1,4 kilo oder mann lump ist das ein abschieds lump das ist ziemlich genau abschieds lump na gut kommen machen wir abschied hier machen wir abschieds lump draus und dann geben wir die einmal zurück im hafen ich hüpfe mal eben rüber und dann schauen wir mal also dann mal zurück im hafen ja leider hat es mit dem großen drill heute nicht geklappt ist leider so hat leider ein setup gekostet wird also mehr oder weniger wunden lecken sein an der stelle in dem wir unsere fische verkaufen holen wir uns das zurück was wir verloren haben nämlich haken und köder nichtsdestotrotz war es spannend für die sechs minuten die es gedauert hat walten ziemlich fetter business müssen wir mal ehrlich sagen war schon krass ja naja wir schauen mal ins café rein auf jeden fall da haben wir shell fische sogar ironie des schicksals ja aber wir haben drei passende also 137 silber sind schon mal safe drin dann gucken wir jetzt noch mal was die haie einbringen denn die haben mittlerweile sicherlich den besten kurs erfasst guck mal hier seewolf 74 silber dann hier 64 vom kabeljau den haben wir ja auch noch dann kommen wir jetzt hier zum ersten dornheim mit 2,5 52 silber 52 für den wittling 48 für den nächsten dornhai und nochmal 32 für den 1 5 1 6 also der unterschied ist mal wieder klar erkennbar bisschen abstand hier nochmal ein lump 9 kilo 32 geht klar 27 für den köhler also wenn es nicht gerade eine trophy ist dann ist es noch überschaubar auf die stunde insgesamt kommen wir hier auf knapp 500 silber plus wir haben einen kaffee auftrag das kommt dann eher auf die 600 silber zu ja so okay ist okay der drill hätte sicherlich noch ein bisschen mehr reingeholt denke ich mal aber das ist auf jeden fall trotzdem noch in ordnung ich denke mal probieren sollte man es und wer weiß vielleicht kriegt ihr den großen brocken raus der mir da abgehauen ist ich drücke die daumen bis zum nächsten mal